ein wunderschönen guten abend und herzlich willkommen bei about gaming wir spielen wie ihr seht fack auf spielen wir nein wir spielen fifa und das spielrader kacke in der letzten verblödeten minute in elf meter jetzt wollen wir es besser machen gegen es gibt da was er denn für eine schnelle arzfurst hast du den antritt gerade schon gesehen viel spaß kann ich ja die wo ja das ist so und wieder so nix malke mitten drin ist Ach, Quatsch. Kacke. Okay, das war keine wirkliche Herausforderung. Man! Kommt voll! Ja, genau. Das sollte kein Schuss sein. Nee, aber Ecke rausgeholt ist auch gut. Okay, ich versuche mich frei zu laufen. Ja! Boah! Der war sogar richtig stark, der Kopf. Ja. Der war zwar nicht von Kontinu, sondern von dem anderen. Bam! Boah, da hat doch richtig Druck hinter ihm gegeben. Ja. Ja. Lauf du dich mal frei? Oh nein! Da läuft er sich wirklich gut frei und dann... Oh, bei meiner Kameraperspektive saß, ob ich da drin wäre. Ja, 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 ja. Hab ich auch gedacht. Jetzt ist die Kugel weg. Nee, die funktionieren doch nicht. Nee, die... Ja, die sind die... Ich wollte die eigentlich eigentlich etwas... Ja, sonst macht er die nämlich so... Ich wollte den eigentlich viel, viel tiefer machen. Und jetzt wird's einfach gehen. Aber das klappt natürlich auch, wenn du in so einer Rückwärtsbewegung bist. Eigentlich klappt das ja auch nicht. Boah! Da kommt der Pip. Das Schweinsgesicht. Versuch mal nach rechts zu passen. Obwohl... Nee, aber ich... Jetzt kann ich den nicht aus... Nee. Ja, aber ich kann den nicht auswählen. Äh, ich muss das ja auch machen. Ach ja. Du musst schießen. Aber er verfolgt mich die ganze Zeit. Ja, liebe... Ja. Nee, dann, äh, flanke ich ihn. Versuch ich rein zu flanken. Oh, nicht schlecht. Kopfwelle sind anscheinend... Ja, Benteke ist natürlich auch groß und bullig, ne? Ja. Aber ich glaube, das könnte vielleicht ein Mittel sein. Den vielleicht... Boah, kacke. In, ähm... Bedrängnis zu bringen. Schön. Boah! Ja, aber wär abseits gewesen. Schade. Hallo. Boah. Da muss er bleiben. Schön. Doppelpasst... Nee, 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 doch nicht. Oh! Soll ich... Soll ich versuchen? Oder in die Mitte? Nee. Bam! Okay, ich dachte, er geht drüber. Ja, gut. Roberto Firmino. Ja, schön. Vor der Torlatte. Es ist so... Ah, Mist! Damit kriegt er nicht... Und dann... Boom! Alter, unter die Latte gehämmert. Sehr gut. Ja, gute Entstehung. Roms! Mann, ich hab den Ball doch 40 Mal schon berührt, ey. Das kann mir auch mal geben. Okay. Ah, schade. Willi Mettris. Ah, zu spät. Mist. Da hätte ich mir gewünscht. Da hätte ich mir gewünscht, dass er ihn sofort abgibt. Schön. So. Da unten. Mhm. Musst du mal stehen bleiben beim Annehmen. Also... Ich wollte eigentlich direkt weiter nach rechts passen. Hm. Hm. Ups. Ah, Kacke. Zu spät. Da war ich zu spät. Lauf mit oben. Weg damit. Nein. Dann bin ich einfach reingelaufen. Das war blöd. Oh, schön. Schön. Hast du. Ja, 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 außen. Ach so. Ach, schade. Ich wollte, aber... wird vor mir. Boah. Ach, schade. Ja. Ich bin schon im Weg. Sorry. Ja, aber abseits. Scheiße. Ja, aber abseits. Das ist enttäuschend Tick. Oh, nein. Abseits. Ja, Ben Tick ist aber nicht gesetzt bei Kloppo. Ich glaube aber auch bei der von der Verletzung wiederkam, oder? War so nicht gesetzt. Ne, ich glaube auch nur nicht. Boah. Boah. Bulliger Typ da hinten drin. Nein! Oh, war das knapp. Forlan? Spielt der da? Also anscheinend, ne? Aber... Ich hab's mal auch jetzt unterwegs. Oh, meinst du, der macht dann direkt? Ne. Ja. Schön. Boah, unten. Oben, meinst. Da weiß ich was. Ja. Hab ich gesehen, dass er sich oben gerade freigelaufen hat. Da war am Rennen, da. Schön. Von ihm gemacht. Mal aufpassen. Schön. So, natürlich kein Problem. Hallo. Ah, den konnte er nicht kontrollieren. Schade. Oh, Mann. Bam. Spürung. Über die Halbzeit. Ja. Er ist wichtig. Valois. Das soll Spaß sagen. Atja! Rumpel, Rumpel. Du hast doch durch die bisschen Fleischwolf gedreht. Boing. Schön. Ja, gut. 1. 1. 0. Guck mal. Ja, okay. Der hat jetzt viel rumgetrickst. Aber wir konnten ihn irgendwie immer dann noch vorher stoppen. Ja. Ja, 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 ja. Aber das Nachlegen ist ganz wichtig, ey. Das ist ein früh nachlegen. Den gleich von den Zahn ziehen. Weil ich glaube, dass wir versuchen, offensiver zu gehen. Also müssen sie, ja klar. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall nachlegen, dass wir nicht wieder in der 90. Minute einen klopfen. Echt? Bleib durchstehen. Oh. Für die Statistik. Oh. 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 Wort hat der nicht richtig voll. Das ist doch kein gefährlicher Konkurse. Dros. Gully der Innenverteidiger. Und Firmino. Anderson. Ach, da laufe ich zu früh nach innen. Sorry. Pongé. Sorry. Oh. Er wird da noch weitergeleitet. Die war weg. Komm. Na schade, da hat es ihn auf jeden Fall. Schön. Das dürfte keiner zuerst gewesen sein, ja. Boah! Aber du sagst es für Mino, der hat eben den Schuss. Ja, hat er auch. Hat man ja auch eben gesehen, hat er ja irgendwo unter die Latte gekneischt. Ja, Mist. Das dürfte die Schwarzwerden. Bö. Puh, stark. Ob ich können bringen? Boah! Hohoho! Rums! Verkommt. Die Latte da oben hat, dass das funktioniert. Das will ich jetzt aber auch nochmal sehen hier. Ja, die Fratzen da, wo ich jetzt auch nicht sehe. Ja, genau. Ja, zurecht. Ein Karasso. Boah. Und jetzt einfach BAM! Schön, ey. Der passt wie Arsch auf einmal. Ja. Geil. Ach ja. Sag, ich kann ja auch. Weg ist die Pille. Und für Mino. Oh, schade. Willst du mal abziehen? Ey, warte hier. Boah! Was hat der für einen Tod, wenn der ausholt, ey? Schade. Boah! Lauf die frei, lauf die frei. Mist. Boah! Mist, den hätte ich haben können. Oh, der steht gut frei. Ah, Mignolet. Schöner Torwart, schön. Ja, sehr gut. Hier, sag ich, ob ihr macht. Mega. Oh, der steht frei. Aber direkt zentral auf dem Torwart. Okay, Ecken kann er. Ja, die kommen gut. Die kommen halt nicht so, dass der Torwart den immer direkt hat. Das war's unsere. Der Torwart, der geht immer an. Oh, nur dein Schuss. Oh. Oh, ganz unten. Nee, der hatte keine Power mehr. Nein, der kann sich Gott nun sich einigen. Nimm du ihn ein. Ich hab ihn sicher. Da, kein Name. Na, ich komm hier. Weiß nicht, was ich tun soll. Ach, Mann, ey. Ich mach das immer einen Ticken zu früh. Ich hab' doch ein paar Spiele. Ah. Ja. War gut. Da muss er gelb gehen. Ja. War ja auch nicht total. Nö. Okay, der kommt rein. Ah, schade. So war ich noch dran. Nee. Wexer mach. Oh jo. Alle kaputti. Und der kaputti. Und... Continue. Nehmen wir raus und... Ich hab' den schnellen Bringen am liebsten. Und ins. Komm rein. Links. Gute Stück ab. Also, das ist... So. Wie gnohlet, mach' erstmal'n schönen Abschluss. Ach. Boah, bin Ticke. Boah, ne, erst schnell. Ne. Kacke. Kann... Außen ist es so schwer geworden, an den Leuten vorbeizukommen. Ohne, dass man irgendwie tolle Tricks oder sowas machen muss. Kann ich einfach nicht. Verlagert er mich. Böh, Flo. Ne, scheiße. Oh, ne, 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 ne. Der Aventiic ist jetzt auch nicht Mr... ... Mr Geschwindigkeit. Nee. Ja, mehr Mr. Wucht Einwurf Schön Hallo, hallo Hallo, hallo, hallo Gut, dann geil, aber nach 83. Minute einfach schon zu machen Ne, viel zu weit Zum Torwart, scheiße Okay, jetzt aber, wir dürfen jetzt hier nicht noch den Anschlusstreffer kriegen Oh, sorry Oh, hallo Boah Da kommt der Frust Da kommt der Frust Ja, packt er die Grätsch aus Zurecht Da hat er ja gar keine Spieße mehr Maxime Pongier Jo Ah, scheiße, das ist zu weit Diese kurzen Krieg ich einmal noch nicht hin Ne, ich hätte es auch Das ist scheiße Mist, hätte ich einen angedrehten Schuss machen müssen Hat Zeit auf jeden Fall dafür Ja Ach, scheiße, da können wir beide angeflogen Den ich gerade habe, das ist dieser neue Spieler, der ist sauschnell Okay, aber sonst prob' ich nicht so viel Du zum Torwart? Ja Der holt er doch aus Hat er doch die Zeit aus Ach, der hält er dich auch Ich dachte, ich schieße drüber Ja Aber schön Im Fallen, im Liegen 3-0 Angedreht gemacht? Ja Wurde ich sagen, ja Boah, 3-0 Bam Ja, geil Das war doch mal ein Echt richtig gutes Spiel Guck mal Wenn wir noch einen Sieg kriegen, können wir aufsteigen in Liga 1 Ist das so? Ja Danke, scheiße Also wir brauchen auf jeden Fall einen Sieg Unentschieden reicht nicht mehr zwei Ja, gehen wir es an, würde ich sagen Danke, dass ihr zugeschaut habt Genau Lasst uns ganz viele Sachen da Nächstes Spiel, Finalspiel Ob es hoch geht Hier die 1. Liga Wir sehen uns gleich wieder Beim Finalspiel Bis denn dann